Hi, mein Name ist Basti und ich bin schwul. Das bedeutet, dass ich mich sowohl sexuell als auch romantisch anderen Männern hingezogen fühle. Im Alltag merke ich das so gar nicht, weil es ist so ein Teil von mir wie alles andere auch an mir, aber man merkt halt schon relativ schnell, wenn man mit seinem Freund, meinem Freund Händchen halten durch die Gegend läuft, dass man komisch angeschaut wird und dass man dann schon merkt, dass man etwas Besonderes ist. Und da beginnt es auch schon, wenn ich dann mit ihm darüber reden muss, dass ich jetzt Händchen halten möchte oder nicht, wenn man an anderen Menschen vorbeiläuft. Und da merkt man schon ziemlich gut, dass wir dann doch als etwas anderes angesehen werden. Und das nur, weil ich ihn liebe, wie er ist und weil er halt zufälliger Mann ist und ich auch. Und das wäre halt schon schön, wenn wir es in Zukunft schaffen würden, dass die Gesellschaft andere Menschen einfach akzeptiert, wie sie sind, wen sie lieben. Denn es ist doch das schönste auf der Welt, lieb zu werden und selbst zu lieben. Und es ist egal, wen man liebt, solange man bedacht, dass man liebt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017